Drei verschiedene Aufgaben in einem Bild. Die junge Ridgeback-Hündin links soll irgendwie auf ihr Leben klarkommen, ohne auszuflippen. Die große Ridgeback-Hündin soll sich an ihrem Halter orientieren, statt sich von den Hunden oder der Drohne ablenken zu lassen. Und die Gruppe soll einfach in der Ruhe bleiben. Ich habe mich hier entschieden, der Hündin ein bisschen zu helfen. Leider löst sie auch auf Menschen aus, nicht nur auf Hunde. Natürlich ist das noch gar nicht mit Aggressionen behaftet, sie ist jetzt zehn Monate alt. Sie soll hier lernen, dass ich mich nur nähere, wenn sie sich ruhig und freundlich mir gegenüber verhält. Im ersten Anlauf klappt das noch nicht, dann drehe ich nochmal ab und versuche es nochmal und dann komme ich tatsächlich auch bei ihr an. Wir haben hier drei völlig unterschiedliche Stadien der Erziehung und genau das ist der Weg, wie man da hinkommt, so wie die Gruppe rechts zusammen liegt. Als ich angekommen bin, musste ich meinen Körper ein bisschen gegen sie schützen. Sie bleibt auch am Baum befestigt, damit sie mir nicht ins Gesicht springen kann. Und hier kommen wir jetzt gemeinsam ein bisschen zur Ruhe. Ein Bauchgefühl hat mir gesagt, wir machen ihr jetzt mal vor, was zu tun ist. Sie legt sich ab, ich lege mich ab.